Mein Buch »Sieben Jahre in Tibet« ist dann in etwa 55 bis 60 Sprachen übersetzt worden und da kam eines Tages die Anfrage von Jean-Jacques Arnault, einer der berühmtesten Regisseure, der übrigens hier im Kern den Bären gedreht hat, ob sie nicht die Filmrechte für mein sieben Jahre in Tibet haben können. Und die Szenen sind einfach immer sehr, sehr lieb und wenn dann der Dalai Lama mir, also dem Brad Pitt, durch die blonden Haare fährt und sagt, ach, Golden Hair, Golden Hair. Also es waren sehr gute Szenen, ich fand den Film ungewöhnlich gut.